Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung hier zum ADAC und ins UK Boberg. Und vielen Dank für die vielen Vorträge vorneweg, die hier schon gelaufen sind, die ich hochspannend fand und die ganz viel von dem, was ich so erzählen möchte, eigentlich schon vorneweg genommen haben. Aber ich glaube, das ist ganz gut, das vielleicht auch noch mal aus Sicht eines Krankenhauses und aus seines großen Schockraums zu betrachten, was eigentlich so passiert und die Schnittstelle, die wir dort betreiben, jetzt bei uns im UKE, aber auch in anderen großen Krankenhäusern, ist ja für den Luftrettungsdienst von zentraler Bedeutung, denn all das Tolle, was begonnen wurde, präklinisch wird idealerweise weitergeführt in der Klinik. Wie gut oder wie schlecht das funktioniert, da können wir darüber diskutieren oder uns jetzt gemeinsam angucken. So eine Schnittstelle, ich habe einfach Schnittstelle gegoogelt, da kriegt man ganz viele interessante Definitionen dazu. Es gibt diese, fand ich so ganz gut, die kommt so aus der Kommunikationswissenschaft, wo es viel um Interfaces geht. Herr Stadler hat vorhin heute Morgen schon was über, er sitzt da gar nicht mehr, naja, aber Herr Stadler hat auf jeden Fall was über Schnittstellen erzählt, die in der Computertechnik zusammenpassen müssen und die Schnittstelle Schockraum-Luftrettung ist genauso eine. Und wenn die Oberflächen nicht passen, wenn die Kommunikationsfähigkeit nicht passt, wenn der eine nicht weiß, was er von dem anderen erwarten kann, dann kann es eigentlich nicht mehr gut gehen. Und für dieses Problem will ich ein bisschen sensibilisieren. Kommunikation steht im Krankenhaus immer an und Schnittstellen gibt es mannigfaltig, ich habe ein paar hier ausgewählt, die irgendwie immer ineinander verschaltet sind und miteinander kommunizieren. Und auch innerklinisch gibt es dabei gigantische Reibungsverluste. Wir haben mal so eine Aufwachraum-Kommunikationsverlegungsstudie gemacht, da hat die eine Gruppe die Patienten aus dem Aufwachraum auf die Intensivstation immer ohne Checkliste verlegt, die andere Gruppe hat sie einfach mit einer Checkliste verlegt. Das Ergebnis wissen, glaube ich, alle, ohne die Studie je gelesen zu haben, die Checklistengruppe war natürlich gigantisch viel standardisierter und hatte die wichtigen Informationen gut transportiert. So ist es eben auch im Schockraum und da müssen wir darauf Rückzicht nehmen. Es gibt von Kollegen Gräf und all eine ganz gute Arbeit aus dem Ende des Jahres 2020 jetzt, die das eigentlich als Konsensuspapier schon für uns in Deutschland ganz gut formuliert, mit allen großen Fachgesellschaften, allen großen Trägern von Rettungsdiensten und auch natürlich dem ADAC und der DAF, wie das Versorgungsprinzip sein soll. Und diese Grafik ist aus diesem Artikel raus. Und Sie sehen schon, die Nahtstelle zwischen Präklinik und klinischer Versorgung ist essentiell. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Kliniken und Rettungsdienste, dass wir möglichst die gleiche Sprache sprechen. Und das ist nicht ganz trivial. Dann habe ich in der Vorbereitung des Vortrages noch so ein bisschen gefragt, weil es stand da jetzt ja explizit Schnittstelle Luftrettung ZNA. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt, ist das überhaupt ein Unterschied? Und ich habe eine kleine Umfrage gemacht bei uns, ob das einen Unterschied darstellt in der ZNA, ob die Luftrettung kommt oder der bodengebundene Rettungsdienst. Natürlich sagen die meisten, ja doch, wenn da ein Rettungshubschrauber angemeldet wird, dann sind wir schon etwas fokussierter. Dann rechnen wir tendenziell mit schwereren Verletzungen. Wir rechnen tendenziell eher mit intubierten Patienten. Und die Unterscheidung scheint es im Krankenhaus zu geben. Also das nur als Feedback für alle fliegenden Kolleginnen und Kollegen hier im Saal. Wenn ihr euch anmeldet, hat das für das Krankenhaus immer eine große Bedeutung und alle versuchen, es möglichst gut zu machen. Für so ein Krankenhaus wie unseres jetzt, das UKE, bedeutet möglichst gut machen manchmal auch, dass wir einfach alle schicken, die wir haben. Und das sind im UKE sehr, sehr viele. Und das ist ein Problem, wo ich ganz selbstkritisch drauf eingehen möchte und auch um sehr viel Verständnis vielleicht werben möchte. Aber wir sind ein sehr großes Krankenhaus. Wir haben einen sehr großen Ausbildungsauftrag. Wir haben immer wieder neue Leute. Wir haben jede Funktion gedoppelt, damit der eine noch dem anderen noch mal kurz vielleicht einen guten Tipp geben kann. Wenn man also in ein solches Krankenhaus kommt und man hat sich als Rettungshubschrauber angemeldet und noch ein paar gute Schlagworte dazu gebracht, wie Überrolltrauma oder sowas, dann kann man bei uns rechnen mit gut 20 Menschen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das funktioniert nur, wenn das klappen soll jetzt. Dann muss es wirklich klappen. Auf der Übergabeseite vom Rettungsdienst und auf der Zuhörendenseite im Krankenhaus. Ich überblicke viele tausend Schockraumeinsätze, wo ich sagen kann, dass das nicht so gut geklappt hat. Deswegen meine flammenden Worte dazu und auch so ein bisschen Problembewusstsein zu erzeugen. Es geht nur mit einer Struktur, die teilt sich immer ein. Man braucht so ein paar Fakten, die müssen sinnvoll übermittelt werden. Und das Ganze wird gleichsam wie durch so ein Kit zusammengehalten, durch die kommunikativen Fähigkeiten im Team, durch die Crew Resource Management, Non-Technical Skills, whatever you will call them. Das ist das Entscheidende. Und jetzt das nächste Problem. Die Rettungsdienst-Skills dazu sind ziemlich gut. In aller Regel. Erst recht in der Luftrettung. Alles so ein bisschen Luftfahrt getriggert. Alle haben so ein Feeling dafür. Wir haben einen gewissen Standard, sich überlegt. Im Krankenhaus extrem heterogen. An dem einen Tag mag es sein, dass Sie auf ein Team treffen. Das ist tipptopp geschult und gedrillt und macht das exzellent. An dem anderen Tag treffen Sie auf ein Ad-Hoc-Schockraum-Team, was noch gar keine, zwar medizinische Skills wunderbar hat, aber wenig Kenntnisse in strukturierten Übergaben. Und das macht es für unsere Patienten dann manchmal so ein bisschen gefährlich. Zum Nachlesen, ich meine, ich nehme an, die meisten von Ihnen haben das schon mal sich angeguckt. Aber es gibt wirklich diesen tollen Konsensus in Deutschland, wo ich mich in der Vorbereitung sofort gefragt habe, okay, warum machen wir das nicht einfach, was da drin steht? Warum machen wir nicht einfach in Hamburg genau das, was da drin steht? Und wir sagen einfach, alle Notaufnahmen müssen das so machen und alle Rettungsdienste müssen das so machen. Und Abweichungstoleranz soll mindestens klein sein. Und ab und zu kontrollieren wir das und dann müsste ja alles besser werden. So einfach ist es aber, wie Sie alle wissen, in den Bundesländern nicht. Wir haben sehr viele Probleme, unterschiedliche Player mit unterschiedlichen Bedürfnissen, wirtschaftlichen Interessen, politischen Interessen. Und es ist unglaublich zäh, in Deutschland das Richtige zu tun. Obwohl das Richtige relativ einfach ist und auch noch klar definiert ist. Da kann man es nachlesen. Kommen wir mal zu so ein paar Techniken für die harten Fakten. Auch da geht der Ärger ja meist schon los. Das kann man natürlich einfach so erzählen, wie es einem gewachsen ist. Oder man kann so gewisse Mnemonics oder Checklisten benutzen, die die Komplexität seiner Übergabe stark reduzieren können. Richtig Sinn macht das nur, wenn die Schnittstelle funktioniert, sprich Sender und Empfänger sich darüber einig sind, welche kurze Form der Übergabe benutzt wird. Wenn einer sagt, hier mach mal Admist und die werden nur angeguckt, was soll ich jetzt Mist machen, dann ist die Übergabe schon ruiniert. Man sieht hier auf diesem Beispiel, was ich in England geklaut habe, aber ganz gut, wenn man da strukturiert aufschreibt, was das Problem ist, was die medizinischen Fakten sind. Und strukturiert auch hier zum Beispiel und dass Science dann schon diesen C-A-B-C-D-Algorithmus mit drin hat, den jede Notaufnahme hoffentlich zumindest leidlich mittlerweile in Deutschland und der Welt kennen sollte, dann vergisst man nichts. Und dann kann man sehr professionell und sehr souverän sein, auch bei sehr aufregenden Einsätzen oder welchen, die einen sehr unter Druck setzen. Das Ganze kann dann weitergeführt werden im Krankenhaus, zum Beispiel mit so einem Schockraumalgorithmus, der dann an der Stelle wieder ansetzt und dieses Spiel weiterspielt und so einen möglichst geringen Informations- und Zeitverlust für den Patienten generiert. Denn darum geht es ja am Ende. Wir wollen ja nicht uns nett unterhalten, sondern wir wollen schnell und professionell einen Patienten weiter übernehmen in die Versorgung. Das ist jetzt hier bei uns aus dem UKE. Ich verändere das alle paar Monate mal, diese Folie so ein bisschen und hänge sie auch alle paar Monate etwas anders im Schockraum, weil sich immer andere Schwerpunkte ergeben. Hier hatte ich jetzt mal in dieser Variante, die Ruhe im Schockraum und die konzentrierte Behandlung, natürlich während der Übergabe allemal, aber auch während der Initialbehandlung des Patienten. Es ist ein Wahnsinn, wenn Sie versuchen, mit 20 telefonierenden Menschen einen Patienten zu versorgen. Sie können nur scheitern. Das sieht dann ungefähr so aus. Alle erzählen sich was, alle tun irgendwas und Sie stehen in der Mitte und je nachdem, wie professionell und erfahren Sie sind, gelingt Ihnen noch irgendetwas Richtiges. Wenn Sie aber ein junger Weiterbildungsassistent sind, ist Ihre Funktion in diesem Team mehr oder minder gen Null gegangen. Und da müssen wir in unseren Strukturen, die wir uns gemeinsam geben, entsprechend darauf Rücksicht nehmen. Ein weiterer Punkt, und jetzt kommen wir zu den CRM-Fakten, die mir wichtig sind, sind so ein paar Ideen, was erzähle ich eigentlich und wie erzähle ich es eigentlich. Und am liebsten würde ich den ganzen weiteren Nachmittag dafür benutzen, um über diese Themen zu reden, weil man kann das wirklich exzellent. Und es gibt so ein Kabinett of Horrors, was wir bei uns haben im UKE, aus Übergaben und aus Patientenbehandlungen. Das ist wirklich eine komplette Fortbildung, was alles schiefgehen kann, nur durch Formulierungsschwächen und durch zum Beispiel Framing, also durch einen gewissen Rahmen, den ich setze. Klar, wenn ich sage, Sturz aus großer Höhe, schweres Überrolltrauma und, 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 dann bedeutet das einen Rahmen. Ich kann den setzen, ich darf den setzen, aber wollte ich ihn wirklich setzen oder war das eher so einfach übernommen, was gerade mal gemeldet worden ist und es war dann gar nicht so. Der berühmte Confirmation Beers, also dass wir dazu neigen, Dinge, die wir erwarten, auch immer weiter zu prüfen und immer weiter Dinge zu suchen, die unsere Annahme bestätigen, anstatt nach Dingen zu suchen, die unsere Annahme widerlegen, ist in der Notfallmedizin, in der Notaufnahme weit verbreitet. Patienten werden allgemein chirurgisch zweieinhalb Stunden behandelt wegen akuter Galle, denn so ist der Patient angemeldet worden, obwohl sie in Wahrheit einen Hinterwandinfarkt hatten. Das passiert jetzt gerade in irgendeiner Notaufnahme in Deutschland garantiert, einfach weil das Anchoring an der Notarztdiagnose akute Cholecystitis einfach übernommen wird. Dann läuft der Patient allgemein chirurgisch. Deswegen sage ich unseren jungen Notärztinnen und Notärztinnen immer, nennt immer das Syndrom niemals eure Verdachtsdiagnose. Der Mensch hat akute Oberbauchschmerzen, aber er hat nicht eine akute Galle, was auch immer er da noch alles haben kann. Ganz, ganz wichtig. Und mit diesen Kleinigkeiten bahnt man den Behandlungsverlauf eines Patienten ganz, ganz entscheidend. Und wir müssen da wirklich drauf achten, was wir sagen und wie wir es sagen. Mein Vorredner hatte die CRM-Skills natürlich auch schon angesprochen. Sie sind so wichtig bei uns in der Medizin. Sie sind in dem medizinischen Behandlungspfad so entscheidend, dass sie in der Luftrettung, glaube ich, schon eine ganz gute Aufnahme gefunden haben. Ärztliche Ausbildung in der Luftrettung ist vielleicht schon auf einem Weg, eine ganz gute CRM-Ausbildung zu machen. In Krankenhäusern, ich sage es einfach mal so ketzerisch, ist das nicht Standard. Es gehört nicht zur Fallpauschale einer Patientenbehandlung, dass Ärzte besonders gut ausgebildet sind in der Kommunikation untereinander. Es sagt auch niemand, wie der Mensch ausgebildet sein soll, der in der Notaufnahme den Patienten annimmt. Heute Morgen der Kollege, der Pilot, der gesprochen hat, für die Night Vision. 35 Stunden Training, drei Kurse, drei Monate üben. Ultraschall in der Notaufnahme dürfen Sie machen, wie Sie wollen. Da gibt es keine Regel in Deutschland, die sagt, ein FAS darf nur machen, wer 35 richtige Befunde hatte, wer Kurs A, B, C hat, das darf machen, wer will. Und es hängt an Weiterbildungsbefugten, wie Professor Frosch, die arme Aufgabe, dass das natürlich alles dort hängen bleibt. Es gibt aber keine Regel und wir haben keine Stellen in der Unfallchirurgie, um diese Ausbildung zu doppeln. Wir können nicht sagen, nee, wir fliegen nicht. Sorry, unser Arzt hat die Ultraschallausbildung nicht. Der hat den Schein nicht. Wir können heute nicht starten. Das erleben Sie in keinem deutschen Krankenhaus. Das ist ein Problem. CRM muss groß werden und CRM muss groß werden, beispielsweise auch bei Übergaben wegen solcher Sachen. Die Realität der Hubschraubernotärztin ist die eine, die des Anästhesisten, die andere des Unfallchirurgen noch mal eine andere. Je nachdem, wie gut die zusammen reden und wie die gemeinsame Realität zusammenwächst, sind die auch in der Lage, die Informationen, die so komplex sind, wirklich sich zu merken und möglichst die tatsächliche Realität leidlich, groß und gut genug abzubilden. Das können Sie nicht einfach so. Das können Sie nur, wenn Sie es üben und für dieses Üben muss Zeit sein und Notaufnahmen, die die Zeit haben zu üben, werden am Ende immer besser sein, als Notaufnahmen, die keine Zeit haben zum Üben. Das ist sicherlich so. Zum Abschluss freue ich mich natürlich, dass wir mit unseren drei Krankenhäusern, die auch heute hier vertreten sind, schon eine ganz gute Kooperation beginnen, gerade und versuchen, in ganz vielen Punkten zusammenzuarbeiten und so ein bisschen unsere Synergien zu nutzen. Und ein ganz tolles Side-Project dieser Kooperation ist zum Beispiel der ZNA Peer Review, dass wir uns einfach ungeachtet der Regelungen in Hamburg, ungeachtet der Vorgaben von Behörden einfach selber schon mal angucken. Wie macht ihr es? Wie machen wir es? Können wir es nicht möglichst angleichen zukünftig vielleicht mal? Können wir nicht voneinander lernen und dann auch für die Rettungsdienste ein ganz souveränes Bild nach außen präsentieren? Ich glaube, das sollten wir in allen Bundesländern zu einem guten Standard machen, dass Rettungsdienstbereiche schauen, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende, wie sie möglichst einheitliche Strukturen schaffen. Das braucht politischen Willen, das braucht ein bisschen hartnäckigen, medizinischen Nachdruck, um das einzufordern, um auch deutlich zu machen, wir entscheiden damit über die Qualität der Behandlung und das müssen wir immer wieder nicht müde sein zu betonen und wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Und irgendwann muss es so sein, dass Krankenhäuser genauso wie die Lufthansa Geld benutzt, viel Geld dafür benutzt, um ihre Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte in Techniken der Kommunikation und des CRM auszubilden. Und wenn wir das schaffen, die Schnittstelle damit schön geschmeidig machen, dann haben wir wieder was für unsere Patientensicherheit getan und das ist so, glaube ich, alles, was wir gemeinsam vorhaben. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.